Einfach ein Träumchen, diese Regionalliga Bayern und ein Träumchen auch das Topspiel des 26. Spieltags. Denn es ist ein echtes Sechs-Punkte-Spiel zwischen dem SVS und dem TSV Buchbach am herrlichen Freitagabend in der MAR Arena. Die erste Hälfte auch typisch Keller-Duell, wenig Chancen, viel Kampf und Krampf und ein dicker Aufreger in Hälfte 1. Denn diese Aktion hier von Seligen Portens Julian Schäf ahntet Schiri Steffen Mix nur mit Gelb. Strittige Entscheidung, zu der Buchbach-Coach Anton Bobenstetter eine eindeutige Meinung hatte. Die erste nennenswerte Möglichkeit der Partie gab es dann nach einer halben Stunde für Seligen Porten. C war es bis dahin. Daher konnten weder SVS-Coach Florian Schlicker noch der TSV-Trainer Bobenstetter zufrieden sein. Für Letzteren gab es dann auch noch eine Hiobs-Botschaft. Kapitän Markus Grübel musste verletzt vom Feld. Torlos ging es auch in die Kabine. Und danach zum Glück endlich richtig los. Zehn Minuten nach wieder am Pfiff die Erlösung für die rund 300 Zuschauer. Stichwort eiskalter Konter. Buchbach Steffen T. auf Murphy-Quadvu. Und bitteschön das 1 zu 0 für die Gäste in der 55. Minute. Achtung, aufgepasst, liebe Zuschauer. So geht Konter, der TSV mit Anschauungsunterricht. Auch die Gastgeber machten danach Druck, blieben nicht ohne Möglichkeiten, waren aber schlichtweg zu harmlos. Wie hier in der 66. Minute. Anders dagegen die Buchbacher, die hellwach blieben und die Fehler des Gegners abgezockt ausnutzten, wie diesen hier. SVS-Keeper Burgner mit dem Fehlpass und dann ging es schnell zack, zack durch die Defensive der Klosterer. Und ab dafür. Alexandra Petrovic mit dem Kopf zum 2 zu 0 Endstand. Ja! Und schauen Sie mal, was wir da noch eingefangen haben. Einen Salto auf den Allerwertesten. Ja, nichts für ungut, einfach nochmal üben. Konter allerdings können sie schon. Buchbach entführt auf dem Papier 3, gefühlt aber 6 Punkte aus dem Kloster im Keller-Duell und holt sich den 1. Sieg im Jahr 2017. zu sehen. Auch das kommt Statue zum 0 die men